Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play Armored Warfare, Operation Hydra ist angesagt und wir springen heute mal anders als sonst direkt ins Gefecht rein, weil diesen Panzer, den Typhoon, habe ich nämlich schon mal gezeigt und da dachte mir, nee, brauchen wir ja nicht direkt nochmal machen, hatte aber heute einfach mal Bock auf den Jagdpanzer und dementsprechend hier dann dieses Gericht, was wir hier sehen, wie gesagt, wer das nochmal im PvP sehen will, da habe ich es schon mal gezeigt, aber heute ist eben der im PvE am Start und die Kanone bzw. der DPM ist einfach super, Schüsse kommen super schnell an, fliegen schön schnell, da gibt es gar nichts, außer man ist hier so offen wie ich jetzt gerade, ich weiß nicht, was wir die anderen so machen. Also die müssen jetzt ja erstmal hier alle so weg, dass ich hier ein bisschen mehr Ruhe habe. Arti interessiert sich auch immer mehr für mich, jetzt nehme ich mal Heat, mal schauen, wie man da so mit zurechtkommt. Oh, der hat sich doch da, das gibt es doch nicht. Redet er sich da nochmal schnell weg. Und der wackelt. Also die wackeln hier alle gerade noch ganz schön mit ihrem Popürchen. Wenn ich... Ja, da geht doch mal der Deckel durch. Sieht man auch wieder jetzt gut, wenn der Leo so seitlich steht, dann klappt es eben mit dem Damage. Ah, da dachte ich, der geht. So, die ersten mal zerstört. Und ich nehme mir hier mal die erhöhte Position, weil der ist unglaublich mobil, das ist genial am Typhoon. Ja, da ist natürlich hier, der Abrams ist jetzt nicht so der einfachste Gegner, deswegen... Der Abstauber, kein Problem. Kann ich auch. Aber der M1A2, der ist zeitlich halt schon so ein Biest. Da müsste ich eigentlich wieder normal laden. Oh, da dachte ich, der geht durch. So schön hat er sich da zu mir bewegt. Ich habe hier bei dem keine... Kein Feldreparatur-Set dabei. Habe ich ehrlicherweise verplant. Deswegen muss ich hier so ein bisschen auch mit meiner... Mit meiner Munition haushalten. Oh, jetzt dreht er wieder weg. Wenn ich schon haushalten muss. So, wir fahren weiter vor. Aufpassen, dass ich mir hier nicht irgendwie großartig was kaputt mache. Weil eben, man nimmt diese Agilität sehr schnell so einfach her, dass man sagt, ja alles klar, cool. Habe hier so ein flinkes Ding. Und am Schluss landet man damit irgendwo im Graben. Da bin ich ja eh prädestiniert dafür. Wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr das ja auch. Also weiter geht's. Erstmal bleiben wir noch bei Heat. Macht natürlich mehr Schaden, aber eben... Immer auf Kosten... ...des Durchschlags. Hier bin ich das letzte Mal, glaube ich, schon den Leuten so in die Arme gelaufen. Das heißt, ich decke da mal ein bisschen was auf. So. Wo sind sie denn? Jungs und Mädels. Okay, der will jetzt gerade nicht so. So, der klappt, aber der ist halt einfach dementsprechend so gepanzert, dass ich da gut den Damage machen kann. So, der Leo, der wird nicht so sein, so einfach. So, ich verlinisiere mich. So, und die anderen kommen jetzt ja auch langsam an. Der VfM ist dann noch sehr, sehr voll. Und ich bin es de facto eben nicht mehr. Deswegen hier erstmal auf Nummer sicher gehen und dann wieder von hinten agieren. Sehr gut. Weil erstmal ist der Sieg wichtig. Und nicht, dass ich hier vorne drin stehe. Mit seiner Normalmunition kommt er auch da super zurecht. Sieht man auch, da ist das mit dem Durchschlag alles gar kein Problem mehr. Jetzt müssen wir nur auf die Side-Mission aufpassen. Dass da auch sich jemand um den Raketenwerfer kümmert. Aber darüber habe ich ihn schon gesehen. Da wird schon drauf gegangen. So, den Begleitpanzer. Oh, da muss ich ja natürlich aufpassen, dass hier von der Straße jetzt das Ungemacht droht. Da der Radley. Aber der passt. Hinter mir. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt wird es richtig, richtig karig. Hinter uns da eine Artie. So, die Artie, die ist zerstört. Leopard anfällig. Also ihr seht, es wird jetzt alles nochmal deutlich haariger, als es eigentlich gewollt war, sag ich mal. So, steht der Leo da immer noch drin. Auf jeden Fall, der BMP hat sich da mal schön reingekreuzt. Das sind ja auch schon zwei von uns zerstört. Der VfM, der macht da jetzt gut gegen wer. Das heißt, der muss natürlich unterstützt werden. Sehr schön. Oh, oh. So, jetzt nimm Bradley, mach irgendwas Produktives. Okay, der hat geschossen. Gut. Oh, da sind wieder zwei gespawnt. Der Thunderbolt. Jetzt zieht. Jetzt ist der eine knappe Kiste hier in dieser Runde. Auch, weil ich einfach kaum mehr Munition habe. Das ist natürlich das Nächste. Ja, der wollte auf mich schießen. Hat es aber Gott sei Dank nicht geschafft. Jetzt kann ich ihn rausnehmen. Jetzt kommt die letzte Heat zum Einsatz. Oh, Gott sei Dank. Jetzt ist die Runde beendet. Und knapper hätte es eigentlich nicht sein dürfen. Sowohl von den Hitpoints als auch von der Munition her. Die Runde ging viel knapper aus, als ich es ansatzweise erwartet hatte. Aber das ist ja das Schöne, dass man solche Runden mal hat, weil plötzlich das Team weniger war. Ich wurde auch gefühlt, glaube ich, immer ein bisschen stiller. Seht es mir nachher. Aber ich habe mich irgendwann wirklich konzentriert, um die Mission noch ordentlich nach Hause zu bringen. Und zumindest von den Kills habe ich mich mal wackerst geschlagen. Jetzt schauen wir mal, was ich Schaden angerichtet habe und wo ich mich im Team platziert habe. Aber ich denke mal, ohne da zu arrogant wirken zu wollen. Aber das könnte schon der erste Platz gewesen sein. Dann hoffen wir mal drauf, dass es auch funktioniert hat. Ja, den Bluster habe ich hier nach Hause genommen. Habe hier den Schützen mir geholt. Und eine Versorgungskiste Stahl gab es dafür auch. Und wir sehen vom Team im Schaden ganz oben, von den XP natürlich ganz oben, von den Aufklärungen, von den Kills, also hier. Und natürlich ein Premium-Panzer, also auch immer da wichtig. Wie viel gab es raus? Wenn ihr euch interessiert, was in der Versorgungskiste drin war, die können wir gerne zusammen aufmachen. Dann seht ihr das auch. Ein bisschen so eine Lootbox ist ja auch immer ganz spannend. Das sind globale Reputations-Insignie Gold, Kommandant-Insignie Stahl, Verbandskasten und dann gibt es auch noch 5000 Credits für die Kasse. Gut, das war es dann von dieser Ausgabe Armored Warfare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Eikar Ramba. Ich hoffe, es hat euch gefallen.